Fräulein von Beuneburg Auf einer Zeit lebten auf der Beuneburg drei Fräulein zusammen. Der Jüngsten träumte in einer Nacht, es sei in Gottes Rat beschlossen, dass eine von ihnen im Wetter sollte erschlagen werden. Morgens sagte sie ihren Schwestern den Traum und als es Mittag war, stiegen schon Wolken auf, die immer größer und schwerer wurden, als er das Abends ein schweres Gewitter am Himmel hinzog und ihn bald ganz zugedeckt und der Donner immer näher herbeikam. Als nun das Feuer von allen Seiten herabfiel, sagte die Älteste, »Ich will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der Tod bestimmt.« ließ ich in einen Stuhl hinaustragen, saß draußen einen Tag und eine Nacht und erwartete, dass der Blitz sie treffe. Aber es traf sie keiner. Da stieg am zweiten Tage die Zweite herab und sprach, »Ich will Gottes Wille gehorchen, denn mir ist der Tod bestimmt.« Und saß den zweiten Tag und die zweite Nacht. Die Blitze versehrten sie auch nicht, aber das Wetter wollte nicht vorziehen. Da sprach die Dritte am dritten Tage, »Nun sehe ich Gottes Willen, dass ich sterben soll.« Da ließ sie den Pfarrer holen, der ihr das Abendmahl reichen musste, dann machte sie auch ihr Testament und stiftete, dass an ihrem Todestag die ganze Gemeinde gespeist und beschenkt werden sollte. Nachdem das geschehen war, ging sie getrost hinunter und setzte sich nieder und nach wenigen Augenblicken fuhr auch ein Blitz auf sie herab und tötete sie. Hernach, als das Schloss nicht mehr bewohnt war, ist sie oft als guter Geist gesehen worden. Ein armer Schäfer, der all sein Hab und gut verloren hatte und dem an anderen Tagen sein letzter sollte ausgepfändet werden, weidete an der Beuneburg, da sah er im Sonnenschein an der Schlosstür eine schene weiße Jungfrau sitzen. Sie hatte ein weißes Tuch ausgebreitet, darauf lagen Knotten, die sollten in der Sonne aufklicken. Der Schäfer verwunderte sich, an dem einsamen Ort eine Jungfrau zu finden, trat zu ihr hin und sprach, »Ei, was schöne Knotten!« nahm ein Paar in die Hand und besah sie und legte sie wieder hin. Sie sah ihn freundlich und doch traurig an, antwortete aber nichts. Da war dem Schäfer Angst, dass er fortging, ohne sich umzusehen und die Herde nach Hause trieb. Es waren ihm aber ein paar Knotten, als er darin gestanden, neben in die Stur gefallen. Die drückten ihn auf dem Heimweg, da setzte er sich, zog den Schuh ab und wollte sie herauswerfen. Wie er hineingriff, so fielen ihm fünf oder sechs Goldkörner in die Hand. Der Schäfer eilte zu Beuneburg zurück, aber die weiße Jungfrau war samt den Knotten verschwunden. Doch konnte er sich mit dem Golde schuldenfrei machen und seinen Haushalt wieder einrichten. Viele Schätze sollen in der Beuneburg noch verborgen liegen. Ein Mann war glücklich und sah in der Mauer einen Schubfach. Als er es aufzog, war es ganz voll Gold. Eine Witwe hatte nur eine Kuh und Ziege und weil an der Beuneburg schöne Heiternesseln wachsen, wollte sie davon zum Futter abschneiden. Wie sie aber eben nach einem Strauch packte, glitt sie aus und fiel tief hinab. Sie schrie und rief nach Hilfe. Es war aber niemand mehr in der einsamen Gegend, bis abends ihre Kinder, denen Angst geworden war, herbeikamen und ihre Stimme hörten. Sie zogen sie an Stricken herauf und nun erzählte es ihnen, tief da unten sei sie vor ein Gitter gefallen, dahinter habe sie einen Tisch gesehen, der mit Reichtümern und Silberzeug ganz beladen gewesen.